Hallo, ich bin Robia. Ich bin Johannes. Wir sind hier auf der CEBIT, das eigenes Projekt TIEFEL. InventaChip, der Schülerwettbewerb vom Technologieverband VDE und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, ist auf der CEBIT 2017 am BMBF-Stand bestens platziert. Die Bundesforschungsministerin, Frau Prof. Wanka, informierte sich persönlich über das Projekt der beiden Schüler aus Marburg. Sie ließ sich nicht nur die Details erklären, sondern probierte auch selbst aus, wie das ausgeklügelte System Alarm schlägt, wenn beim Verlassen des Hauses der Schlüssel vergessen wurde. Die Aufbereitung der Idee und ihre komplexe Umsetzung steckt in diesem Hightech-Board.